Digger mach Platz, du kleiner Bastard Weil ich sonst komm und dich platt mach Motherfucker, du hast keine Skills Nur die Leute um dich rum produzieren dein Shit Wo bin ich hier denn gelandet? VRT mit minus 1 im Finale Es wird schwer in diesem Tunnel mit was zu reisen Vor allem wenn ich seh, dass Leute wie Merrick mit dabei sind Marco und Sam Smoke bilden zusammen ein super Team Jetzt ist es nämlich schnell zu sagen, wer wen von beiden runterzieht Ich hab hier nichts von neuem Mist gehört Ich mach hier nur ne Quali, um zu zeigen, wer das Turnier gewinnen wird Ich fahr nächste Woche weg und gönn mir Freizeit Ist das okay, wenn ich die erste Runde drei Wochen später einreich? Und ich scheiß aufs Preisgeld jeden Gewinn, den ich hier mache Kannst du direkt an Marco überweisen Ey, go away, ey, away, ey Ey Will known Militär Komm und Vielen Dank.